da suchst du keine Friendly Friendly Deine Mut darfst du ein Schwertraß Friendly Friendly Ja, ich sag mich mal kurz aus Ja, aber brauchst du lange, oder wie? Ne, das geht schnell Geht schnell zehn Tage später, oder wie? 2000 Jahre später Eine Weile später Ok, dann sehen wir uns bald wieder, bald, tschüss Bis gleich Bis gleich So, dann sind wir unter uns Genau Die zwei Schweizer Unter zwei Schweizer Äh, ja, wer es noch nicht geschnallt hat, er ist auch Schweizer Ja, hallo Aber ich denke, das könnte man unschwer erahnen Ähm Ich hab echt noch keine Kuh gesehen Hast du schon hier eine Kuh gesehen in der Nähe? Nein, bis jetzt noch nicht Aber wir werden das bestimmt bald finden Dann geh ich gleich grad mal eine Kuh suchen Ich glaub ich hab vorhin hier eine gesehen Entweder war es eine Kuh oder ein Zombie Ich wusste nicht, wie es ausschaut Ok Ähm Da ist ein Schaf, das ist ziemlich uninteressant, weil man das nicht essen kann Da ist nochmal ein Schaf vom Baum gefallen Das ist das Tarzan Schaf Ja, die, äh, die Schafe sind sehr gerne auf Bäumen Alter, dummes Schaf, lass mich durch So Hier ist auch ein Schaf Ich mach jetzt einen auf Tarzan und geh hier mal auf Kuh suche Da ist ein Schwein Nicht töten Nicht töten Nicht töten Friendly Friendly, Friendly Friendly Hehehehe Unser Haus Dein Haus, das du Ja, sagt zuerst Diese massig Schweine, Alter Oh, ich dachte, ich hab das Schwein vom Baum geschubst Ok, warte, ich trinke schnell einen Schluck, sonst verdurst ich hier noch Wie kann man im Minecraft trinken? Mhm Im Real Life Du hast ein Real Life? Mhm Wo kann man das kaufen? Das kann man nicht kaufen, das hat man oder hat man nicht Ok Und sonst kannst du es immer noch bei Ebay für 80 Euro holen Ah, perfekt Ähm Ne, jetzt in meinem Ernst, wo, wo Gibt es hier Kartoffeln, wir brauchen nämlich ein Schwein Kartoffeln, wir brauchen ein Schwein Ja, wir müssen mit Kartoffeln Schweine anlocken Ja Ja, warum willst du es jetzt schon zürgen? Ja Je früher, umso besser, weil ich hab keinen Bock Immer durch den halben Wald zu rennen, um mir was zu essen zu holen Das klingt plausibel Ja, ne? Ja, aber weißt du, Karotten findet man entweder in NPC-Dörfern oder bei Mob-Spawnern Dann lass uns einen Mob-Spawner suchen Oder ein NPC-Dorf Lass uns 10.000 Blöcke weit rennen Ui Autsch Ui Keine Ahnung Ich hab's nicht gesehen, mein Lieber Wo ist die dumme Kuh? Die Kuh, sie macht Mu Hier sind voll viele Schweine Ja Ähm Kuh Kuh Da hinten ist glaub ich ne Kuh 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 Ein Mu Ein Mäh Ein Tää-tä-tä-tä-tä-tä-tä Jetzt mal im Ernst, wo ist hier ne Kuh? Schon wieder so ein dummes Schaf Das mich anmäht Hehehe Ich mag Schafe im Realife Soem Essen gerne Hehehe Keine Ahnung, hab noch nie ein Schaf gegessen glaub ich Nochmal noch nie ein Schaf gegessen? Weil...ahhh scheiße Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ach so, das ist voll gut. Ich esse einfach, was auf den Tisch kommt. Nicht fragen, nicht sagen, nur essen. Nur essen, happy, happy. Okay. Ist irgendwas runtergeklettert? Hühner! Hier sind Hühner. Auch gut, können wir auch essen. Das ist eine Ente. Nein, keine Ahnung, was das ist. Kannst du schon mal eine Ente Gorkork machen hören? Ja, und du? Ich nicht. Ach so. Ei, ei, ei. Hier sind Pferde. Wo? Hier, bei mir. Nimm mit. Ja, wie? Ich hab nichts. Ähm. Ja, einpacken. Ja, in die Hosentasche. In Geschenkpapier. Sogar ein Babypferd. Nimm mit. Das wird wohl in die Hosentasche passen. Alter, wie die Objekt, wie das die Welt nicht lädt. Wenn Hühner hier sind, dann dürften eigentlich Kühe nicht mehr weit sein. Aber es wird, glaube ich, dunkel. Ja, es wird langsam dunkel. Deshalb bringe ich jetzt einfach mal die Hühner mit. Das ist wenigstens etwas zu essen. Ich muss erst wieder die Hühner finden. Und unser Haus. Hui. Huhn. Huhn. Komm mit. Ich nehme noch ein paar von deinen Kollegen mit. Du auch mit. Komm. Kommt ihr? Ja, er kommt. Brav. Kommt mit. Okay. Ähm. Noch mehr Hühner. Oh, ein Ei. Kommt mit, die dummen Hühner. Ich habe jetzt fünf Hühner im Schlepptau. Fünf Hühner? Jep. Okay, wir können ja uns erst mal von denen nähern. Jaja. So lange, bis wir dann, äh. Alter, ihr dumme Hühner, kommt mit. Dumme Schafe, verzieht euch. Lasst meine Hühner entfliegen. Alter, kommt ihr jetzt mit? Hallo. Boah, wie viele Schweine hier sind. Das glaubst du mir nicht. Huhn, mitkomm. Huhn, mitkomm. Über 20 Schweines sind hier. Auf einem Fleck. Und es wird dunkel und man, die Hühner wollen wir nicht hinterherlaufen. Nur dummes Huhn. Hast du, äh, ein bisschen zerkörn oder so? Ja, ich habe Körner in der Hand, aber die ignorieren mich. Alter, gleich setzen, setzen. Mh. Ach, jetzt, jetzt folgen sie mir wieder. Es wird dunkel, könntest du mir Deckung geben? Ja, ich bin auch noch weiter entfernt als du. Achso. Wie das ausschaut. Kommt mal mit, ihr Hühner. Komm, putt, 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 putt. Komm, putt, putt, putt. Alter, wie, es wird dunkel. Ja. Ihr dummen Hühner, schwingt eure federigen Ärsche herher. Alter, gleich kill ich die Hühner. Aus drei Hühnern wurden jetzt nur noch zwei. Alter, schaffst du es, diesen Block hier hochzukraxeln? Danke. Achso, ich dachte schon nicht. Boah. Da, du drittes Huhn, komm mit. Daneben nicht. Wo ist unser Haus? Ja, ich suche es auch gerade. Hehehe. Hast du eigentlich TP-Befehle und so drin? Äh, nein. Aber ich könnte mir jederzeit reinmachen. Aber dann würden dir die Hühner nicht mehr folgen. Oh, oh. Wieso? Weil bei TP nur du TP'n wirst. Ja, ja. Hm. Ah. Nein, da ist eine Spinne. Ja, kill sie. Los, mach die Spinne alle. Ich brauche, äh, Bodyguards für meine Hühner. Hehehe. Ich hoffe, die machen uns gleich nicht die Setzlinge kaputt. Nein, nein, eigentlich nicht. Ja, stimmt. Die sind dann nicht so sprungfreudig wie Schafe. Ja, oder Online-Spieler. Sind hier noch irgendwo Viecher, die uns, äh, wegpfeilen oder wegbomben könnten? Wieso nimmst du Schaden? Rabeu, du sind in der Spinne auch nicht gegessen. Du bist schlau. Hm. Bisschen. Er hat ein Ei ins Wasser gelegt, du dummes Huhn. Hm. Über einem tiefen Ort muss er natürlich ein Ei legen, ne? Hm. Komm, but, 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 but. Das muss so sein. Komm. Ja, komm. Komm. Ja, komm. Komm mal rein. Die Druckplatte ist am besten Ort. Ich weiß. Es. Alter, ey, dumme Hühner. Ich folge mir nicht mehr. Jungs und Mädels. Jetzt. Wie das aussieht. Ja, ich bin die, die Entenmutter. Komm. Die mit ihren Club schaukeln. Alter, willst du mir wohl folgen, du dummes Huhn? Huhn? Ja, Huhn. Komm rein. Willkommen daheim. Komm. Geh. Das Huhn ist auch ein bisschen dumm, ne? Komm. Aber gleich setzt ein Schwert. Ja, er geht wieder rein, ne? Lernhaft. Komm, Joghurti, 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 guck. Komm, putt, putt, putt. Ich schmeiß mal meine zwei Eier, die ich noch hab hier rein. Äh, drei Eier. Haben kein Huhn ergeben. Nicht zum Futtern geben, mitnehmen. Kommst du jetzt? Ja, es kommt. Geh weg. Es läuft in die Wand rein. So, ja. Schieb es rein. Äh, HUEGH. nicht schnell hierzu es hat ein babyhuhn gegeben woher ja weil ich weil ich sie ja gefüttert haben sie haben durch die wand ja genau gekuschelt mache ich auch gern durch die wand ist das jetzt schon durch hier ich kenne das bei dem taxa peck nicht warte ich gucke gleich das ist äh da kommt ein gerinnen es hätte fast unser huhn gekillt alter guck mal wo unser huhn steht und wo der pfeil angeschlagen ist aber doch gut gleich kurz mal hier kollege das war knapp die hühne schau dir zu wie du das skelett erledigst und die spinne ja ja muss muss okay zeig mal das geile oh mein gündnis das ist ein bisschen knapp ein bisschen boah aber das ist ja es ist noch fünf eisenbarren im ofen und ein und 24 kohle ich packe das hier wieder rein sand und workbench und eichenholz mache ich wieder noch wieder hier werkzeuge so ich würde sagen dann hauen wir uns mal hin ne schlaufen oder was ja ja gerne wie viel speicherplatz habe ich eigentlich noch wartet mal kurz ne das wollte ich nicht warte 1 über 1 terabyte das ist noch genug platz denke ich ja das reicht noch für zwei drei folgen ich sollte nicht rennen ich muss mir schon wieder etwas reinhauen ja warte ich guck mal ob wir noch ein bisschen essen irgendwo haben ich gehe mal holz hacken dann kann ich vielleicht äpfel holen ok ich gehe mich so nach ein bisschen meinen äh ja ok wer ist eigentlich fürs essen zuständig äh der der bloble ja stimmt da muss er gleich kühe suchen ja weil ich habe echt noch kein einziges einzige kuh gesehen oder kartoffeln für die schweine ja das geht auch einfach essen er meint zwar dass die schweine mit karotten gelockt werden ok ich weiß es nicht genau aber ich glaube es gibt beides ja es sollte eigentlich beides geben ich glaube ich habe die dame ich habe die mit kartoffeln gefüttert ich bin mir aber gar nicht mehr sicher aber ich habe gemeint schon ja ok schweine essen sowieso alles also von dem her ja das stimmt außer weizen ja ok ich war mal auf einem bauernhaus da haben sie sogar ein spaghetti bekommen geil ich will auch ein schwein sein alter ich bin schon eins ein halbes ja ich denke allzu lang machen wir ihn nicht mehr wir warten bis der bloble zurück kommt und kann er noch mal auf kuh expedition gehen genau und dann würde ich sagen machen wir dann auch wieder fertig für heute feierabend feierabend der harte arbeitstag eines lesplayers gib mir das holz alter wieso kommt dir kein einziger apfel gib mir ein apfel du dummer baum wie hoch hast du eigentlich die render distance eingestellt hoch alles hoch ok alles braucht irgendwie übelst lange zum laden ok ah eisen ich dachte schon diamanten ja zu schön ja natürlich und danach gehe ich hier gleich noch ein bisschen rasen mähen damit wir noch äh aus dem main bisschen ähm ein bisschen Samen bekommen ja ich brauche noch unbedingt Fackeln habe ich natürlich nicht mitgenommen ich hab ah das hört blopble hört man sofort hört man sofort ja das rauschen das rauschen hat ihn angekündigt schön weil ich meine das sind minecraft effekte weil ich hier am meer stehe hat das gerade gerauscht ja das hat das rauschen das hat das hardcore effekte neuer mod so blopble du musst ich hab hier ein alter ich hab hier ein Loch gefunden hier ist Eisen und ich könnte ich glaube das könnte gar ein Dungeon sein da sollten wir mal reingehen du musst äh Kühe suchen ja haben wir nicht genug Fleisch nein wir haben wir haben drei Hühner nicht töten weil wir brauchen wir brauchen äh Kühe für Leder und so genau so ja was kann ich nochmal Kühe ähm anfangen also mit Weizen aber hier ist doch ganz viel ähm Fleisch ja aber das reicht nicht lange ähm äh Zucker und Weizen wir toll ein Apfel äh wir sollten dann äh im nächsten Tag ne Expedition zu meinem zu diesem Loch machen was ich grad gefunden hab ja hier ist Eisen drin hier ist alles drin ich glaub da ist sogar ein Dungeon ist das eine eine Schlucht oder wie? ja 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 ok dann ist das bestimmt Gronkh würde sagen das ist das Arschloch der Welt achso ok ja Gronkh ja wobei ich glaub da geht's nicht mehr weiter runter hm ich hab nichts mehr wo ich mich raus bauen kann ich hab nichts mehr wo ich mich raus bauen kann habt ihr noch äh Erde oder so? ja ich hab 64 Erde mit gib mir mal Erde und jump ich dann gleich mal rein hey wo bist du eigentlich? ich komm zum Haus warte wir sind auch ein Apfel gespawnt ach du bist nicht in der Mine? ich bin in der Mine er ist in der Mine ach ja ok dann müssen wir mal raus haha fail ja ja boah ach ich seh doch noch einen Arm ich hab für dich dann übrigens noch äh einen Samen den du pflanzen kannst ach ja Samen danke und hier ist die Erde danke dann geh ich mal da in das Loch und hol mir das Eisen aber wir können ja auch rein theoretisch vom Brot leben also ja aber ich hab auch mal Bock auf ein geiles Steak naaaain Rinderfilet ja ok hm hm wo kann ich runter jumpen ohne dass ich verrecke im Wasser was? im Wasser? Au Wurde nix draußen hm 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 YOLO Au Kopf angeschlagen ja ich verblutet bin tot Daisy hier unten ist nichts spektakuläres nur Eisen Eisen haben wir immer gebrauchen ja ich hab gehofft dass hier unten ein Dungeon ist wo wir halt dann Kartoffeln finden können in Dungeon suchst du äh hier ist die Sandhöste oder? oder ist das nur ganz ja hier Sante ein bisschen such ne Pyramide fertig es gibt äh Pyramiden? ja klar ok ich hab schon lange kein Minecraft mehr gezockt ja glaub ich auch es gibt Dschungeltempel es gibt Pyramiden nur da ist auch ne Sprengfalle drin in den Pyramiden geil naja ja ja ich muss runtergraben zu den Truhen es gibt Pferde weißt du das eigentlich? ja das das hab ich vorhin mal gesehen ok dann ist ja gut ich dachte immer das geht nur mit nem Mod aber ne früher aber jetzt bei das ist bei wann ist das gekommen? 1.7.4 kann das sein? ja ich hab schon übelst lang kein Minecraft mehr gezockt ich baue hier das Loch zu äh so halb dass man da nicht rein fällt weil das ist lebensgefährlich es gibt Katzen auch? das weißt du bestimmt ja das gab's schon lange nein nein aber da kam das also das kam also das kam ja vor Ort im Pferden ja ja stimmt nein dann ist dann das gibt es seit es den Dschungel gibt das Dschungelbiome ja stimmt 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 es gab's in der pre 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 alpha pre pre alpha pre alpha pre alpha pre 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 seit wann spielt ihr eigentlich Minecraft? seit welcher version? oooohh alpha also ich hab's mir ab 1 0.1.5 geholt